Mein Name ist Jan Scheske, ich bin Teamleiter für den Betrieb Versorgungsanlagen bei den Stadtwerken Konstanz. Wir betreiben verschiedene Anlagen für die Stadtwerke, mitunter hier das Beifels der 18, wo ein BHKW zum Tragen kommt, wo am Strommarkt ansässig ist und eben zwei große Gaskessel, um die Energieversorgung zu gewährleisten. Was ist für kurzfristige Einsparmöglichkeiten beim Erdgas? Wir sind bereit, dass wir die Anlagen effektiv einstellen, ohne Energie zu verschwenden. Für die Zukunft wollen wir mehr auf regenerative Energien setzen, Nahwärmekonzepte ausarbeiten, Gas als Brückenlösung immer noch im Gedanken haben und eben Quartierslösungen werden gesucht, was in einem Beilungsgebiet wie Konstanz nicht immer einfach ist, aber die Planungen steigen fort. Als Einsparpotenzial für jeden Einzelnen wäre am effektivsten, die Warmtemperatur zu senken im erträglichen Rahmen. So um die 20 Grad reicht aus, dann natürlich die Duschzeiten verkürzen. Stoßlüften ist sehr wichtig, so kann jeder Einzelne schon mal eine Kleinigkeit tun. Oder was auch, wo ich hinverweisen möchte, die Homepage der Stadtwerke Konstanz. Da sind noch Einsparpotenziale und Beispiele drin, dass sich da jeder informieren kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017